So, mein Sportfreunde, wir sind hier noch am Sonntagabend mit einem bekannten Darmstädter Gesicht im Friedholi in Münchenbach. Grüß dich mal besser. Hallöchen. Servus. Servus. Alles klar? Sowieso. Heute keine Ansagen. Heute machen wir Werbung für die Waldkolonie-Cab, ne? Auf jeden Fall. Erzähle mal, ist es gut dort? Na klar. Und es geht noch bis Dienstag? Bis um 27. August. Wer da hin will, geht da hin, gibt Saufen ohne Ende. Geil. Das ist da hinten beim Friedhof, ist es, ne? Kurz vom Friedhof, hinten an der Grün-Weiß. Geil, bei der Grün-Weiß, genau. Da gehen wir hin und trinken eine, mache ein bisschen Werbung für die Waldkolonie-Cab. Trinken, essen. Alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt. Schöne Musik, schöne Party, Schießstände. Und der junge Herr muss hier mal raus. Guck mal. Geht so aus. Akrobatisch Limbo-Tanzen. Bis wir noch wissen. Genau. Und du fährst jetzt durch, bis er, bis zum Nordbahnhof hoch. Ich muss hier aussteigen, Kirchholle jetzt. Und dann würde ich sagen, Friedolin, du hast ja auch neue Videos hochgeladen, ne? Bei deinem YouTube-Kanal. Ja, zwei Männer mal müssen, meine, sie müssten gegen mich gehen. Ich gegen, gegen die. Land durchsitzen, zwei gegen einen. Und dann steigen. Es könnte die Wette abliegen, wer gewinnt. Aber der Streit ist schon vorbei jetzt, oder? Immer noch? Der läuft noch. Der läuft noch? Oh oh oh. Die müssen, meine, ich müsse mit der Knarre kommen, und sie müssen, ich komm mit dem Krane. Ich reiß' ihn in den Kopf ab. Da wollen wir keinen Stress mit Friedoli. Wir wollen, dass alles schön ruhig verläuft, dass es keinen Stress gibt. Ihr könnt die Wetter abfließen, Mannheim oder Darmstadt. Deswegen gehen wir schön nach AfD-Kerb und bringen uns schön ruhig, damit der Puls unten ist, der Blutdruck. Damit man nicht zum Doktor um ist, oder? Mein Blutdruck ist zu längst ohne. Wenn die Männer mal kommen, der ist ja wieder hoch. Also, bleibt immer Darmstetter, dann seid ihr auf meiner Seite. Genau. Wenn ihr Mannheimer-Fans seid, frunzi. Bleibt cool, bleibt auf meiner Seite, lebt ihr länger. Bleibt cool und locker. Vielen Dank, Friedolin. Wir müssen jetzt hier raus. Ich wünsche dir alles Gute. Und schaut mal auf meinen YouTube-Kanal. TV-Plauze, Digga. Friedolin-Hinchenbach, hat mich gefreut. Wir sehen uns, hau rein. Schönen Abend. Tschüss. Jawoll, ciao. Ciao, ciao. Das war der Friedolin. Er hat 15.000 Abonnenten. Das ist ein richtiges Original. Ein sehr sympathischer Kerl aus Darmstadt. Ich habe mich gefreut, mit ihm ein Video zu drehen zu dürfen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr abonniert alle weiter meinen Kanal. Hier gibt es abwechslungsreiche Videos. Hier gibt es unterhaltsame Videos. Hier gibt es auch Reklamevideos ab und an. Hier gibt es Videos fürs Herz. Hier gibt es Videos für die Familie. Hier gibt es Videos für alles, was ihr benötigt in eurem Leben. Fitnessvideos kommen auch bald wieder. Plauze Freestyle ist auch am Start. Gangster Jens kommt auch wieder. Also, meine Freunde. Geiles Wochenende. Neigt sich im Ende zu. Dieses Video wird jetzt hochgeladen. Am Sonntagabend. Und danach habe ich noch ein geiles Schmankerl-Video morgen für euch. Vom Kiosk am Bahnhof. Bis dahin. Alles Gute. Einschalten. Abonnieren. Und analysieren meine Sportfreunde hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.